Musik Fröhlicher Kufenspaß, ganz ohne Schmelzgefahr und auch dann, wenn der Winter Pause macht. Bad Füssings Eisfläche bietet optimale Bedingungen für den perfekten Kufenschwung, auch ganz ohne echtes Eis. Das synthetische Eis hat eine Fläche von 600 Quadratmetern und erfreut sich großer Beliebtheit bei Einheimischen und Gästen. Neben einem Schlittschuhverleih gibt es auch einen Kiosk, der kleine Speisen und Getränke anbietet. Freizeitläufer und Stockschützen kommen dank großzügiger Öffnungszeiten gleichermaßen auf ihre Kosten. Die Eintrittspreise liegen bei 3 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Auch vergünstigte Zehnerkarten für 25 bzw. 15 Euro sind erhältlich. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr, Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 12 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr.